Der Markt muss gepflegt werden, ist klar. Ich kann mich noch genau entsinnen, als der hündige Eisenbahn, dass das Wetter genauso hält. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Wir üben natürlich jetzt die Schwachgrube. Die Döppe sind alt und völlig leer. Aber jetzt gilt im Rathaus die Devise, nur Sparen hilft durch diese Krise. Selbst Klopapier ist kein Tabu oder ganz die Türen zu. Doch was hilft Meckern und Geflänne? Ihr Narren kriegt das letzte Himmel. Denn in Grammont ist jeder Jeck. Drum gibt's zum Schlüssel dieses Jahr keinen Scheck. Ich wünsche euch trotz allem einen super Auftakt und eine tolle Saison. Ich bin's erst einmal froh, dass ich euch den Schlüssel übergeben kann. Wir erwähnen, keiner greift zu. Ein grüß von unserer vielleicht neuen Städtepartnerschaft aus der Toskana. Ich bin's erst einmal froh, dass ich mich nicht mehr so mache. Vielen Dank.